Ah, Gruss. Willkommen. Ich habe Sie schon erwartet. Darf ich Sie in meine Welt entführen? Eine Welt voller Farben und atemberaubender Bilder? Eine Welt voller Spannung oder Entspannung? In meinem Wohnzimmer mag ich es lieber großzügig und habe mich deshalb für eine Bilddiagonale von 75 cm entschieden. Wenn Ihnen das nicht reicht, können Sie sich ein brillantes Fernsehbild mit einer Bilddiagonale von bis zu 94 cm an die Wand hängen. Untertitelung des ZDF, 2020 Kennen Sie diese gemütlichen Abende im Bett? Ein spannender Film oder so richtig was fürs Herz? Wenn ich zu Hause bin, möchte ich den Alltag vergessen. Sie nicht auch? Ich finde, dass die Aquos LCD-Fernseher von Schaab sich wirklich harmonisch in nahezu jede Wohnumgebung nahtlos einfügen. Finden Sie nicht auch? Wenn ich morgens in meiner Küche frühstücke, dann habe ich es gern, wenn ich dabei die Nachrichten sehe. Durch die neue digitale Funktechnologie kann ich den Aquos LCD-Fernseher überall dorthin stellen, wo ich es will. Praktisch, nicht wahr? Ja? 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 Ja?